Ich glaube, es ist ein ganz großer Vorteil, dass Informationen sehr schnell und sehr schnell von der Quelle ganz schnell an die Menschen kommen. Ich glaube aber, dass es eine Herausforderung ist, all die Dinge, die man als Information kriegt, richtig einzuordnen. Und wenn man alles selber aufnimmt und selber veröffentlicht, gibt es vielleicht manchmal das Problem, dass die Personen, die sonst für uns Übersetzer sind, als Journalisten, dass die fehlen. Und dass das eine Gefahr ist, was zum Beispiel die Tatsache betrifft, dass Informationen nicht auf Wahrheitsgehalt überprüfbar sind, dass Einordnungen nicht richtig erfolgen können. Das ist eine Herausforderung, glaube ich. Das ist im Grunde schon das, was mir eben durch den Kopf ging. Wenn man sehr schnell und quasi jedermann zum Sender wird, haben wir bestimmte Möglichkeiten, nochmal den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Dafür braucht man ja manchmal Zeit, dafür braucht man zusätzliche Informationen, haben wir nicht. Es besteht sicherlich eine Gefahr und es ist eine große Verantwortung desjenigen, der ganz schnell Informationen weitergibt. Die Anonymität des Netzes, die Möglichkeit, sehr schnell Dinge zu verbreiten, geben auch die Chance, Dinge zu verbreiten, die schlecht sind, die sozial problematisch sind, die andere diskriminieren. Die Gefahr ist sehr groß, weil es teilweise so leicht ist, sich, ohne dass man sein Gesicht zu erkennen geben muss, an der Stelle einfach weitergibt. Ich glaube, dass es eine große Verantwortung ist, gerade von jedem Einzelnen, das zu überprüfen. Es ist aber auch eine gesellschaftliche Verantwortung über Bildung und auch über Diskurs darüber, an welcher Stelle ist Meinung, freie Meinung gefragt. Das ist in der Demokratie etwas ganz Wichtiges. An welcher Stelle gibt es schutzwürdige Interessen anderer, die überwiegen? Und wo ist die Schwelle der freien Meinungsäußerung einfach überschritten, weil es nur noch darum geht, Menschen mit anderer Meinung zu diskriminieren?